Freunde, es ist wieder Zeit, dass wir über Produkte reden, die utopische Preise haben und dann nicht mal diese Performance haben, die sie für 30, 50, 60, 80 Euro haben sollten. Hi Friends, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich hoffe, es geht euch gut. Ich bin heute Morgen aufgewacht und dachte mir, heute bin ich in Laune. Ich habe heute Nacht, warum immer Nacht, habe ich überlegt, komm, was gibt es für Produkte, von denen du selbst enttäuscht bist? Nicht unbedingt, was die Performance der Produkte angeht, sondern was das Preis-Leistungs-Verhältnis der Produkte angeht. Ich habe gestern ein Interview gegeben und da ging es um Preis-Leistungs-Verhältnisse von Produkten und wie sinnvoll manche Preise für Produkte sind. Und ich habe gesagt, dass ich bei vielen Produkten im High-End-Bereich es sehe, weil sie innovativ sind und die Entwicklung viel Geld kostet. Aber im Zuge der Drogerie, die ja auch etwas entwickeln muss, es ist ja nicht so, dass du sagst, okay, kopier mir bitte das und dann ist es fertig, sondern das muss auch getestet werden. Es kostet natürlich auch Geld. Ist diese Lücke zwischen High-End und Drogerie halt sehr, sehr komisch geworden. Deswegen habe ich hier ein paar Produkte rausgesucht, die ich schon seit einer Weile habe und eigentlich nur für so ein Video aufgehoben habe, weil sie mich einfach nicht so begeistern. Wenn ich mir einen Monolidschatten für 30 Euro anschaue, dann erwarte ich, ich erwarte von diesem Lidschatten, dass er alle Leute auf der Straße anhält, vorläuft, sagt, hallo, guck ihn dir an, er hat einen 30 Euro Lidschatten drauf. Guess what? Passiert nicht. Deswegen dachte ich mir, suche ich mal ein paar Produkte raus, die mir nicht so gut gefallen haben im Preis-Leistungs-Verhältnis. Und wir starten auch direkt mit dem ersten. Wir probieren heute mal was aus. Heute mal ohne Foundation. Ich habe nur ein bisschen Color Correction drauf. Ich möchte probieren, mein Make-up mal für euch sehr natürlich zu machen. Also die Base, der Lidschatten ist eh gleich komplett wieder ganz anders. Aber wir starten mit einem Bronzer direkt. Und zwar ist das dieser hier von Chanel. Der Le Beige Creme Belle Min Ensoleillé Healthy Glow Bronzing Creme Bronzer. Ich weiß, dass viele auf dieses Produkt schwören. Vielleicht, wir haben die Erfahrung gemacht in dieser Art von Videos bei mir, wenn wir die Produkte benutzen, dann funktionieren sie manchmal doch ganz gut. Vielleicht ist es ja bei euch auch so, dass ihr sagt, okay, nee, eigentlich gefällt mir das Produkt nicht in der Routine, die ich habe. Vielleicht müssen wir einfach die Routine ändern. Deswegen, let's go. Bevor wir weitermachen, möchte ich mich sehr, sehr herzlich bei den neuen Kanalmitgliedern bedanken. Ich habe das noch nie gemacht. Ich habe das einfach erstmal aktiviert, weil YouTube uns dazu aufgefordert hat, die Kanalmitgliedschaften zu aktivieren. Aber ich freue mich sehr über Konstantina, Selina, Nathalie, Bini, Janina, Annette, Carolin, Vivian, Fatiana, Ulla, Bianca, Sabine, Isabel, Nadine, Maximilian, Mary, Carmen, Anja, Frederike, Corinne, Steffi, Curls, Yassi und Josef Kostan. Vielen, vielen Dank, dass ihr den Kanal unterstützt. Wir haben den Bronzer. Ich weiß, dass viele von meinen Creatorinnen-Kollegen auf diesen Bronzer schwören. Vielleicht funktioniert der gut ohne Foundation. Mir ist die Farbe auch ein bisschen zu hell. Ich glaube, als ich den damals gekauft habe, gab es den aber auch nur in der Farbe 390, so later. Deswegen probieren wir ihn einfach mal aus. Ich nehme jetzt hier mal so einen Pinsel und arbeite mir den ein. Vielleicht muss man den so ein bisschen anders benutzen, als ich ihn üblicherweise probiert habe. Mein Ziel ist es natürlich immer, Produkte, die ich habe, für die ich Geld ausgegeben habe, auch irgendwie nutzbar machen zu können. Auch wenn sie mir im ersten Eindruck nicht so gut gefallen, hoffe ich natürlich insgeheim trotzdem, dass ich die Produkte zum Laufen kriege. Weil das Ding ist teuer und das kostet viel Geld. Allerdings muss ich sagen, ich bin halt eine faule Maus. Wenn ich nicht nach dem fünften Mal eine Lösung dafür gefunden habe, dann ist das halt vielleicht einfach nicht mein Produkt und dann ist das aber auch völlig in Ordnung. Normalerweise würde ich mit so einem Bronzer arbeiten wie ein Bronzer, also wie ein Cream Bronzer. Vielleicht muss man den aber wirklich nur als, halt wie so ein Fake Tan benutzen. Dass es eher gleichmäßig verteilt ist und nicht so punktuell. Der ist super, super warm, aber dabei nicht mal pigmentiert. Oder täuscht das? Ich weiß nicht, ich gucke ja halt immer einmal in den Spiegel. Da sehe ich mit meinen kleinen Mäuseaugen eh nichts. Und dann gucke ich einmal in die Kamera und da finde ich es dann doch schon wieder ein bisschen warm. Vielleicht könnt ihr mir ja zu den Produkten mal so ein kleines Update schreiben. Es sind halt alles Produkte, die mich persönlich von dem Preis-Leistungs-Verhältnis halt nicht überzeugt haben. Wie gesagt, wenn etwas hier dabei ist, was ihr liebt, worauf ihr schwört, ey mega cool. Da freue ich mich natürlich drüber, weil ihr habt dafür auch Geld ausgegeben. Und ich freue mich immer, wenn ich weiß, dass ihr Produkte kauft, mit denen ihr zufrieden seid. Das Ding ist ein Produkt, was man gut benutzen kann. Mit einer Foundation, glaube ich, gefällt es mir sogar besser. Weiß ich nicht, das gibt mir jetzt nicht diesen Bronzy-Vibe. Komm, wir probieren das jetzt einfach mal aus. Den als Foundation zu benutzen. So viel zum Thema heute keine Foundation. Sondern den so ein bisschen als Grundlage zu benutzen. Und dann einfach mit einem Concealer. Wisst ihr, weil der hat ja schon so eine Grundfarbe und so eine ganz, ganz leichte Grunddeckkraft, die vielleicht ausreichen könnte. Das sieht aus wie, kennt ihr, Karottenöl? Das hat mein Opa immer benutzt. Der hat immer Karottenöl benutzt, um so ein bisschen Farbe im Gesicht zu haben. Wobei, ich sagen muss, jetzt sieht es halt aus, als hätte ich jeweils welchem Urlaub gewesen. Mögen wir es? Nur ein bisschen, um das ein bisschen anzupassen. Vielleicht hilft das ja. Hm. Nee, 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 nee. Also, manchmal muss man sich auch eingestehen, dass ein Produkt für einen nicht funktioniert. Das ist so ein Produkt. Es ist okay, aber es ist, nee, es ist nicht okay, Maxim. Es ist nicht okay. Das war jetzt vielleicht nicht unbedingt etwas, wo ich sage, boah, krass. Falls er für euch funktioniert, mega gut. Ganz, ganz kurz. Ich wollte euch nochmal ein Produkt von Asam zeigen. Das sind die Contour, Cream Contour Sticks. Und der hat halt eine krasse Farbe. Der ist super, super kühl. Ich habe ihn in der Farbe Light Medium. Und der hat im Vergleich dazu halt A einmal Bums. Er ist schön kühl und super pigmentiert. Ich übertreibe jetzt einmal. Aber ihr seht, wie pigmentiert der ist. Und dafür wollte ich ihn heute eigentlich benutzen, als Lidschatten benutzen. Den gibt es auch noch in der Farbe Dunkler. Aber ich finde den als Lidschatten in diesem... Das ist ja gerade super im Trend, diese Latte Eis, ne? So ein bisschen Chocolate Cream Latte. Sehr, sehr schön. Dann gehe ich jetzt nochmal mit dem Schwamm hier rüber. Das ist so ein bisschen Underpainting, was wir hier heute machen. Nehmen wir nochmal ein bisschen Concealer. Und geben den hier wieder einfach überall hin. Ich habe wieder einen Asam-Code für euch, wie jeden Monat. Den blende ich euch einmal ein. Ich habe auch gleich noch ein paar spannende Produkte für euch, die ich zwischendrin nochmal so ein bisschen einbauen möchte. Aber dieser Contostick war halt letztes Mal, als ich ihn euch gezeigt habe, wirklich der Bestseller bei euch. Der hat so gut bei euch abgeschnitten. Ich habe auch ganz, ganz tolles Feedback von euch dafür bekommen. Da freue ich mich natürlich immer ganz besonders. Nicht nur für mich, sondern auch für die Community, wenn ihr einfach so ein kleines Feedback in die Kommentare schreibt im Anschluss, dass alle Leute Bescheid wissen, wie schön die Produkte wirklich sind. So, jetzt habe ich natürlich ein bisschen mehr hier und kann das hier schön ausblenden und habe ein sehr, sehr natürliches Finish. Wir geben gleich hier nochmal so ein bisschen was auf die Augen. Ich fand das nämlich gerade sehr, sehr schön. Aber dafür nehmen wir den dunklen Ton. Nehmen uns ein bisschen was von dem Stick. und blenden uns das hier komplett aufs Auge. Das ist dann dieser super, vielleicht habt ihr das schon bei TikTok gesehen, dieses Latte-Eis. Cute! Das kann man halt mit beiden Farben sehr, sehr gut machen und ihr seid sehr, sehr trendy, ne? Also das ist ja wirklich gerade, ich sehe auf TikTok nur noch Latte-Eis. So, ich bin jetzt natürlich super, super glowy. Das nehmen wir einmal kurz weg mit dem Final Touch Setting Powder. Das ist das feinst gemahlene Puder, was es gibt. Das ist so fein, dass es sich schon fast nass anfühlt. Ist es aber nicht. Ich arbeite das hier ein und zack, zack, zack. So, dann bitte einmal diesen Porenunterschied an. Das Schöne bei diesem Final Touch Setting Puder ist, dass das so fein gemahlen ist, dass es sich wirklich in jede kleine Falte und Pore legt, ohne dass es sich absetzt, sondern es bildet wie so ein Schutzfilm drüber, der das Licht reflektiert. Ich glaube, ihr seht das super, super gut jetzt gerade hier in dem Bereich innerhalb von wenigen Sekunden. Und auch das ist ein Favorit von euch. Verständlicherweise. Also, das kann ich euch wirklich empfehlen, wenn ihr Probleme habt mit einer sehr, sehr öligen Haut. Das ist das Final Touch Setting Puder. Eine große, große Empfehlung. Ich wollte aber nochmal was anderes mit euch gemeinsam benutzen. Und zwar... Habe ich das schon weggemacht? Das war doch der Aufhänger für das Video. Gebt mir mal eine Sekunde, Freunde. Hab's gefunden. Das war der Aufhänger für das Video. Ihr kennt meiner Meinung... Jeder kennt meine Meinung. Zu Color Changing Produkten. Irgendjemand muss es kaufen. Ich will es euch nicht wegreden. Für mich ist es aber wirklich ein Produkt, wo ich sage, okay, haben wir jetzt die letzten 17 Jahrhunderte viele von gehabt. Reicht jetzt auch? Weil die Farbe ist halt immer dieselbe, die sich anpasst. Also, es ist immer halt pink am Ende. Dachte ich mir, okay, wir sind jetzt langsam an einem Punkt angekommen, wo wir sagen, okay, es reicht jetzt. Ne, ne, da kommt meine liebe Freundin Rihanna ums Eck und sagt, hier, Schätzelein, damit du dich richtig schön ergang kannst, bringe ich dir nochmal einen Matchstick in Color Changing raus. Hat sie gemacht. Packaging, krass. Ne, die klassischen Matchsticks sind ja in so einem helleren Ton. Das ist eine schöne Sommerkollektion. Sie hat tolle, tolle Lipstains, aber Strawberry Pop, come on. Also, wisst ihr, für mich ist Color Changing, ganz persönliche Meinung, please don't cancel me, ganz persönliche Meinung, für mich ist Color Changing das Drogerie-Produkt. Günstiges, günstiges Finish, günstiges Produkt, ist sehr einfach, nicht innovativ. Aber come on, also 26, 36 Euro, hierfür, ne, kannst du zwar auch den Lippen benutzen, kannst es aber auch sein lassen, ist halt pink und das ist, also das ist extrem pink und das stänt dir, deswegen gebe ich das jetzt nicht in mein Gesicht, das stänt dir dein Gesicht für zwei Tage ein. Kommt, ich gebe ein bisschen was rauf. Ich muss zwar heute zum Arzt und will nicht aussehen wie eine kleine Puppe, aber du siehst schon jetzt hier, wie sich das eingestänt hat. Das ist halt alles immer, dieses Barbie Pink. Nee. Nee. Ich finde, das sieht immer ein bisschen cheap aus, so ein bisschen günstig, meine persönliche Meinung und dann halt für den Preis, wenn, ne, ich freue mich, kauft bitte was ihr wollt, was euch gefällt, wenn euch das gefällt, geil, krass, dafür wurde es gemacht. Aber wenn ihr Color Changing Produkte haben wollen würdet, geht in die Drogerie. Spart wirklich. Also ich sage ja oft, spart euch das Geld bei High End Produkten, aber hier, ich bitte dich, nicht, nicht für Strawberry Popping, Plush Padding, Popini. Boah, ich bin heute in Rage Modus und dabei ist es 6 Uhr. Damit ihr mir das glaubt, es ist 6 Uhr 45. Also, los geht's, weiter geht's. Da könnte ich mich richtig drüber aufregen. Nein, uh, ich weiß nicht, worüber ich mich mehr aufrege. Ich zeige euch erstmal das einfache. Nee, uh, schwierig. Wir haben einmal Charlotte Tilbury und einmal Dior-Freunde. Aber da platzt, also, es platzt mir eigentlich bei beiden so ein bisschen die Hutschnur. Aber, okay, wir starten mit Dior. ich habe, ich weiß nicht, warum ich kein BR mehr von Dior bekomme. Die Paletten sind schön. Also, was Dior wirklich kann, ich bin ein großer Dior-Freund, ist die Make-Up-Linie, weil sie ästhetisch immer sehr, sehr ansprechend ist. Jetzt haben sie aber, letztes Jahr, glaube ich, oder vorletztes Jahr, diese Saint-Couleur-Couture-Summer-Dune-Palette. Ich glaube, die kam sogar letzten Sommer raus. Diese Lidschatten-Palette rausgebracht. Ich weiß nicht, was ihr seht, aber ich sehe fünfmal dieselbe Farbe. Über 50 Euro. Ich swatch, ich swatch sie euch mal. Eins, fühlen sich super butterig an. Zwei, ja, einen kleinen Unterschied erkennt man. Machen wir es mal so. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Ich weiß nicht, was ihr seht, aber ich sehe außer ein bisschen Gold, ein bisschen Rosé-Gold, wieder ein bisschen Gold, noch ein bisschen mehr Rosé-Gold und fleckig. Versteht mich nicht falsch, das ist eine wunderschöne Farbe. Egal welche, sehr, 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 sehr schön. Funktioniert super, so als, habe ich dafür auch oft benutzt, letzten Sommer, einfach so ein bisschen, um es rüber zu dusten, aber es hat halt A, keinen Schimmereffekt, sondern es nimmt halt wirklich eher ein bisschen Farbe weg und dann verrate mir doch bitte, verrate mir, aus welchem Grund du mir 50 Euro aus der Tasche ziehst, damit ich dir fünfmal dieselbe Farbe kaufe. Also, mein Problem ist halt, und, mein Problem ist, dass viele Leute, die diese Produkte kaufen, das sind meistens, um jetzt mal ganz klischeehaft in der Zielgruppensprache zu sprechen, das ist meistens die Frau über 50, die ein gutes Portemonnaie gefüllt hat. Der ist es zwar egal am Ende wahrscheinlich, ob sie fünfmal dieselbe Farbe gekauft hat, weil sie gedacht hat, ach, das sieht ja hübsch aus. Aber sollte nicht der Anspruch von uns Make-Up-Artists, Ich nehme mich nicht als Make-Up-Artist mit rein, aber von hinter dem Brand steht immer ein Make-Up-Artist. Und bei Dior ist es ein sehr, sehr renommierter. Sollte nicht unser Anspruch sein, den Leuten ein schönes Gefühl mit nach Hause zu geben? Und ich weiß nicht, was ich hier für ein Gefühl habe, außer, dass ich mir so ein bisschen hinters Licht gefühle. Da ist doch nichts, da ist doch nichts, wo ich sage, boah, krass, ey, Mensch, das war es richtig, richtig wert, fünfmal dieselbe Farbe, in fünfmal Beige-Brauen Geld auszugeben. Vielleicht seht ihr es anders, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Also das ist schon wirklich, das, also die, vor allem diese Palette, die anderen Paletten sind gut, die sind, die sind nicht so krass pigmentiert, finde ich persönlich sehr, sehr gut, weil es einfach super einfach ist, sie anzuwenden. Aber fünfmal dieselbe Farbe, come on, also, nee, aber, nee, ich würde nicht sagen, lieber, sondern, man könnte ja auch, es so machen wie Charlotte Tilbury und Monolidschatten rausbringen. Und was sie kann, ist Monolidschatten rausbringen. Ein wunderschöner Ton, das ist die Farbe Emerald Ice. Das Packaging, ultra luxuriös, das fühlt sich toll an, das Packaging kostet Geld, das merkst du. Wunderwunderschöner Duochrome. Ein wunderschöner Effekt auf den Augen. Schaut euch das an. Aber, wisst ihr, was das kostet? Den kostet 30 Euro. 30 Euro für einen Monolidschatten. Und jetzt sind wir mal, also, ich verstehe halt, Charlotte, oh, das ist ein schwieriges Video. Ich verstehe halt, so ein bisschen, die Markenstrategien oft nicht mehr bei Marken. Charlotte Tilbury ist eine Marke, die sich mittlerweile in ihrer Art und Weise, wie sie, wie sie Marketing betreibt, sehr stark an den Wünschen von Gen Z orientiert. Also der jüngeren Zielgruppe, weil sie die auf den Plattformen bespielt. TikTok, Instagram, was weiß ich. Klar, sie ist auch ein Teil für Hollywood und für super luxuriöses Make-up bekannt, aber da ist halt so ein Knarnstadt zwischen. Du zeigst Produkte oder du benutzt Bella Hadid eine Gen Z-Ikone, als Markengesicht, bringst dann aber Produkte raus, die sich die Zielgruppe auch nicht leisten kann. Klar, man kann auch mit Träumen spielen und das Träume lassen sich immer sehr, sehr gut verkaufen, aber 30 Euro für ein Lidschatten finde ich schon echt hart und dann, wenn man vor allen Dingen auch mal über die Kosten dafür redet. Also, das Ding kostet 30 Euro. Die Verpackung kostet bei der Stückzahl, die Charlotte Tilbury herstellt, rechnen wir mal freundlich, 2 Euro. Das ist schon viel zu viel, aber 2 Euro rauf. So, der Lidschatten ist made in Italy. sagen wir mal 3 Euro. Sind wir bei 5 Euro? Wenn wir jetzt eine Marge nehmen, dann sind wir vielleicht bei 20 Euro. 20 Euro würde ich sagen, ist schon viel, aber wäre okay für eine High-End Brand, für einen Monolithchatten. Diese 10 extra Euro, keine Ahnung, wo die hingehen. Also, gute Qualität, einen sehr, sehr schönen Look auf den Augen, aber nicht für 30 Euro. Für 30 Euro, und das ist die Aussage, die ich eigentlich treffen wollte, wahrscheinlich habe ich die Hälfte rausgeschnitten gerade. Ihr kriegt auch schöne Monolithchatten in der Druckerie, Freunde. Ich finde, das möchte ich euch an dieser Stelle nochmal sagen, wenn ihr Produkte seht und wir sind alle jeden Tag Oh mein Gott, vielleicht machen wir nochmal ein extra Video. Wir sind alle jeden Tag Leuten im Internet, vor allen Dingen auch ausgesetzt, die ein Leben zeigen, was für einen persönlich vielleicht so ein bisschen erstrebenswert erscheint. Immer die teuersten Produkte, immer die teuersten Autos, die teuersten Taschen, die teuersten Wohnungen, jede Woche im Urlaub und aus dann hier und Kaviar da und man sieht das dann und man fühlt sich schlecht. Und wisst ihr was? Ich fühle mich auch schlecht, wenn ich das sehe. Ich fühle mich da auch schlecht, wenn ich sehe, wie andere Leute Sachen haben oder Sachen machen, die ich auch gerne machen wollen würde, aber einfach entweder zeitlich oder finanziell oder was auch immer nicht kann. Und da möchte ich euch sagen, ihr seid damit nicht alleine. Probiert wirklich so ein bisschen Abstand davon zu nehmen, weil Social Media eine sehr, sehr schwierige Bubble im Moment geworden ist und ich glaube, ihr seht es auch nicht. Ich glaube, das ist auch einer der Hauptgründe, warum es bei mir auf Instagram vor allen Dingen auch so ein bisschen ruhiger ist und ich euch nicht den ganzen Tag in Storys mitnehme, wie ich dies, dies, das und jenes mache, weil ich das nicht tue. Mein Tag ist genauso langweilig wie eurer. Ich stehe morgens auf, ab und zu ist er super, super spannend und da liebe ich meinen Job für sehr, aber in 90% der Zeit stehe ich morgens mit Danny um 5.30 Uhr auf, wir trinken unseren Kaffee, dann fangen wir an zu drehen, um 9 treffen wir uns zum Frühstück, dann wird weitergearbeitet, dann essen wir Mittag, dann mache ich ein bisschen was im Garten oder ein bisschen was im Haus und dann ist der Tag vorbei. Da passiert nichts Spannendes. Ich bin nicht jeden Tag auf irgendeiner Gala, Dinnerveranstaltung oder in irgendwelchen Luxusresorts. Schön wäre es, klar, aber das ist halt einfach nicht mein Leben und ich möchte euch auch nicht Dinge zeigen, nur um sie euch zu zeigen, wenn sie nicht meinem persönlichen Alltag entsprechen. Uh, es tat sehr, 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 sehr gut, das einfach mal alles rauszulassen. Merkt man das? Ich bin nicht frustriert, aber ich bin so, ich möchte eine Veränderung in dieser Branche sehen und das fällt mir so, so schwer, das zu zeigen. Ich zeige euch dafür noch was anderes Schönes von Asam, eine große Empfehlung, der Push-Up Lip Gloss, ein ganz, ganz toller Gloss, vor allem jetzt auch in der Kombination, so ein bisschen Color-Changing-Produkt im Zentrum, das ist ein perfektes Dupe zum Fenty Beauty Diamond Gloss. Gibt es in verschiedenen Farben, die Farbe Cool Diamond hat aber so leichte Schimmerpartikel mit drin und ist demnach ein super, super Dupe zu dem von Fenty. Der hat einen leichten Bitzel-Effekt, ne, also so ein bisschen prickelnd, so ein bisschen plumpend, nicht schmerzhaft, aber dafür sehr, 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 sehr gut und ich glaube, Freunde, das Video ist ein ganz anderes geworden, als ich eigentlich gedacht habe. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat, dass wir einfach mal ein bisschen offener darüber reden, wie meine Meinung zu vielen Dingen ist. Aber wisst ihr, es ist super, super schwierig, in meiner, in meinem Job offen zu sein. Nicht ehrlich, aber offen. Ehrlich sein ist einfach, aber offen sein ist schwierig, weil man denkt, okay, man kann halt nicht alles sagen und im Prinzip, ich weiß, unter jedem Video, unter jedem Post, unter jeder Story gibt es Leute, die irgendwas nicht schön finden. Das ist auch völlig okay. Ich finde auch eigentlich alles schön. Ich will mein Gesicht auch nicht jeden Tag sehen. Ist okay. Willi, komm morgen wieder. Ich möchte, Kernaussage dieses Videos, bleibt, fühlt euch bitte, bitte niemals von jemandem, den ihr im Internet seht, unterdrückt im Sinne von, dass ihr weniger wert seid oder dass euer Leben schlechter ist, als das von jemand anderem. Das ist nicht so. Das ist für jeden selbst. Ich bin sehr gespannt, wie euch dieses Video gefallen hat. Das war ein sehr, sehr, es war ein wilder Ritt. Schaut gerne mal bei Asam vorbei mit einem Rabattcode. Könnt ihr da tatsächlich auch nochmal echt was sparen. Kleine Empfehlung am Ende noch. Die Beauty Naturals Reihe ist Naturkosmetik jetzt von Asam. Die Nachtcreme ist ganz, ganz toll. Eine sehr, 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 sehr reichhaltige Creme. Größte Empfehlung ist von mir wirklich der Contour Stick und das Final Touch Setting Powder, ihr süßen Mäuse. Ich danke euch, dass ihr heute mit dabei wart. Passt auf euch auf und bis zum nächsten Mal. Tschüss.